hallo welt ja da sind wir wieder auf dem weg zu unserem nächsten abenteuer wir lassen lassi mal reiten und währenddessen gucken wir uns hier noch mal ein wenig um im fortschritt rollen und was hätten wir denn hier gutes was gibt es eigentlich bei schwarzbrenner gutes eine broschüre für giftigen schwarz gebrannten oh ja das machen wir gerne eine broschüre die das rezept für giftigen schwarz gebrannten und hier barry cobbler schwarz gebrannte das ist der der wertvoller ist wahrscheinlich hier gibt es einen tanz der freche tanz tanze mit flair ja das ist doch ganz nett mutliger gelegen gelegenheiten lerne mit rivalen und anderen bedrohungen des schwarzbrenner geschäfts fertig zu werden ja gut gehen wir mal wieder raus wir wollten kopfgeldjäger nein sammler sind wir jetzt gerade dabei das so ein bisschen zu skillen und genau händler gucken wir uns aber mal an auch da wäre bei vier gibt es etwas schönes händler wettkämpfe auch so du bist herzlichst eingeladen an neuen wettkämpfen teilzunehmen da sind nee da sind wir doch gar nicht wir sind erstmal bei rang drei was ist das der hammer ein klassischer hammer taugt als durchschlagskräftige nahkampfwaffe nein nein das wollen wir nicht haben und richtig guten sachen die kommen dann hier erst so der wagen und so mittelgroßer lieferwagen kann bis zu 50 gegenstände transportieren was ist das denn händler lager gestellt lagerstil ja das ist weit weit das sind wir weit weit entfernt davon achtsamkeit lerne wagen von rivalisierenden händlern auf größere entfernung zu erkennen und das ist gut hier oder verbesserung der zutatentasche du kannst jetzt mehr gegenstände in deiner zutatentasche verstauen aber das können wir doch auch bei sammler oder nicht oder wie war das wenn wir da jetzt hier hingehen dann haben wir das ist nicht die zutatentasche das ist dann die vorratstasche ach so können wir mehr fleisch tragen und so ja das streben wir an hier rank fünf oder können wir aber noch viel rumreisen was ist das schönes nein ich dachte das wäre schon indianer schmuck oder sowas schönes sammler lagerstil ja das ist doch nett ja wie gesagt rang sechs müssen wir da schon erreichen das heißt wir können hier noch eine ganze weile rumreisen das wäre der sammler und was haben wir sonst noch war es das an rollen kopfgeldjäger brauchen wir gar nicht zu gucken wie man sieht wir haben gar keinen punkt da weil irgendwie haben wir das nicht bis jetzt hinbekommen da was zu machen möchte ich auch nicht ganz so gerne obwohl das würde man bringt das geld ja nicht viel im story modus haben wir das mal gemacht 25 oder was bringt das ja nicht genug außerdem läuft das auf zeit ich mag diese zeit dinger nicht lieber gemütlich rumreisen und sowas was wir jetzt machen da so ein bisschen sammeln und so das ist schon okay also sammler wäre genau unser ding aber die guten sachen entweder haben wir sie schon oder oder die kommen erst die guten sachen damit meine ich hier die tasche und so eine machete ja das ist natürlich auch was richtig feines das wollen wir natürlich haben und hier die satteltasche okay ach die wird an gold kosten wahrscheinlich eine klassische eine klassische machete die für abenteurer und angriffslustige sammler entworfen wurde naja das geht so schön ist die auch nicht es geht ganz nett so was gibt es denn sonst noch rollen rang freischaltungen habe glaube ich geguckt auszeichnungen ach wir haben 72 wie das denn ach so dass das gleiche hier sammler 1 von 51 haben wir abgeschlossen da weiß ich gar nicht was das ist anheften könnten wir irgendwas erreiche rang 20 in der rolle des sammlers 3 von 20 ringen erreicht aha finde sammler stücke was 1000 ich habe keine ahnung wofür das dann gut ist händler haben wir schon drei wir müssen doch irgendwas kriegen mit dem wir täglich sowieso dann geld reinbekommen ja und die schwarz brennerei vielleicht club belohnungen brauchen wir gar nicht zu gucken oder haben wir auch schon tausend mal geguckt aber ja okay man bekommt hier fähigkeitskarten und so wenn man diesen ort lau pass hat für 40 gold können wir uns den leisten und wir werden es mal versuchen bis märz glaube ich hat man zeit jagdpaket ein korb mit starkem pflanzenfresser köder und starkem raubtier köder und pferdepflegepaket ein korb mit spezialpferde erweckern pferden nahrung pferdesalben spezialpferdestimulanzen und spezialpferde arznei ach wir sind schon da wie schnell das geht wenn man hier guckt das müssen wir noch mal ausprobieren jetzt hat geklappt ausnahmsweise und du hast uns direkt zum ziel geführt ich höre es doch schon was suchen wir denn jetzt eigentlich wir müssten erst mal wissen was wir suchen pfeilspitzen suchen wir ja ok aber erst mal holen wir uns den hasen hier ich will immer den pfeil haben aber das ist ja kein kein pfeil guter guter hund dran da wow Wow. Das muss man ja erstmal finden hier zum Graben. Zum Glück können wir jetzt graben. Drei von... Drei von zwölf. Mhm. Ja, ich seh das schon. Achso, die haben Namen. Primitive Pfeilspitze. Eine ungeschickt gefertigte Kieselpfeilspitze, die mit der Zeit stumpf geworden ist. Dann haben wir diese hier. Eine hastig aus Kieselstein gemeißelte Pfeilspitze. Und die rohe Pfeilspitze. Eine grob geschnitzte Pfeilspitze aus hellem Stein. Die ganze Sammlung kriegen wir für knapp 300 Dollar weg. Und was eine alleine kostet, ja, zwölf Dollar oder so kriegen wir dafür. Oder acht oder so. Für die ganze Rom-Reiserei... Oh, es ist... Dollars sind schwer zu kriegen hier. Es ist nicht einfach. Also, nächster Halt ist das hier. Lassie, du weißt Bescheid. Wir bringen dich erstmal zur Straße. Wir müssen dich striegeln. Hab ich da gerade richtig gesehen. Da parken wir aber erstmal hier so. Da sieht man das besser, was wir machen. Joa, ein gutes Pferd. Ein bisschen essen. Kann man auch irgendwas jagen? Irgendwas kleines hier. Das ist nichts. Daneben nicht. Los geht's. Oh oh, das ist zu schnell. Halt, 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 halt. Oh, Vollbremsung. Cool. Vorsicht. Ist das das richtige Reisetempo jetzt? Ich hoffe, ja. Gut. Dann, äh... Ja, genau. Das Reisetempo gefällt mir. Dann gucken wir uns eben unsere Fähigkeiten nochmal an. Na, da kriegen wir auch nichts Neues. Äh... Kurze Verschnaufpause haben wir drauf. Äh, bestens in Form, sehr schön. Ja, was können die denn? Immer noch Dead Eye. Während Dead Eye aktiv ist, stellst du allmählich Gesundheit wieder her. Erleitest du Schaden, wird Dead Eye beendet. Bestens in Form. Rennen verbraucht weniger Ausdauer. Und je nachdem, wie voll deine Ausdauer ist, verursachst du etwas mehr Schaden. Verbarrikadiert eins? Verbarrikadiert eins. Du erleidest etwas weniger Schaden, wenn du in Deckung bist. Aha. Und die dritte Passive können wir noch nicht machen. Da brauchen wir Rang 40. Ist das richtig? Ja, Rang 40. Und wir sind Rang 21, glaube ich. Okay, Spielfähigkeiten. War das? Na, das waren die Fähigkeiten. Spieler. Genau. Was können wir? Ach so. Kalt ist uns die ganze Zeit, natürlich. 45.000 und ja, okay, wir sind bei 42.000. Geht doch eigentlich, oder? Feindseligkeit niedrig. Ja, das gefällt mir. Boah, Kernleerungsrate 413. Das ist aber krass. Verbleibende Kernzeit der Gesundheit. Elf Minuten, dann sind wir nicht mehr gesund, oder? Dann müssen wir was essen noch. Ausdauer. Verbleibender Kern. 53. Können wir auf dem Pferd während des Reitens eigentlich was essen? Die anderen Sachen sehen doch einigermaßen gut aus hier. Mal ausprobieren. Was kann unser Pferd? Wow. Verbundenheit Stufe 4 von 4. Ja, ich denke, das ist alles ganz gut mit dem Steigbügel. Ich glaube, da können wir noch etwas Geschwindigkeit rausholen, aber mir gefällt der Steigbügel, den wir haben. Jetzt versuchen wir mal zu essen, während wir reiten. Oh ne, das geht nicht so gut. Das halten wir gleich an. So, jetzt geht's weiter. Nicht so schnell. Ja, so ist gut. Jetzt können wir nochmal das Pferd an. Nein, jetzt können wir den Spieler nochmal angucken, wie es hier mit unserer Gesundheit aussieht. Oh, Kernleerungsrate. Naja, 26 Minuten haben wir jetzt Gesundheit. Aha. Kernleerungsrate, weil uns kalt ist. Ich habe aber keinen Schimmer, was wir dagegen tun können, außer vielleicht uns ans Feuer setzen oder so. Das könnte klappen. Ach, man kann da noch hinter gucken. Ach so, natürlich. So sieht's dann aus. Ja, ich glaube, wir haben uns alles angeguckt, außer die Vorteile noch nicht. Oh, ey, warum bleiben wir stehen? Wir sind schon da. Oh, wie schnell das geht. Oh, wie schnell das geht. Ob die Pfeilspitze hier wohl wieder verbuddelt ist? Na, das sind doch wieder Möhren hier, oder? Ah, Möhren haben wir schon. Oh, Graben. Oh, Graben. Total gut. Das scheint mir aber noch nicht alles gewesen zu sein hier an der Stelle. Oder? Ich weiß nicht, es klingelt doch immer noch. Ah, eine Tarotkarte. Aha. Ich glaube, die kennen wir schon. Vier der Stäbe. Ah, das ist die richtige Sorte. Nochmal Sammlerpunkte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was zu essen. Das ist ja alles verlassen und leer hier. Genau. Schön, wieder zumachen. So ein Häuschen. Können wir uns das nicht auch bauen? Total viel Wurst hier. Wow. So viel Wurst. Und Käse. Man Käse sehe ich nicht. Das ist irgendein Essenspaket oder so. Das können wir nicht nehmen. Zigaretten haben wir schon. Zigaretten sind voll bei uns. Schade. Den hätte ich jetzt gerne geschossen, aber so schnell habe ich die Waffe jetzt nicht rausbekommen. Wo, 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 was? Ist denn das da vorne eigentlich? Wo sind denn? Wo sind wir hier? Äh, das sieht mir aus wie eine Stadt. Ja, Verlassene. Wieder eine Geisterstadt oder so. Ach, da gehen wir aber mal gucken. Vielleicht. Finden wir ja doch noch irgendwas cooles hier. Oh, da ist ein Kochtopf in der Nähe. Jemand spielt Musik. So verlassen ist die Stadt gar nicht. Oh, die laufen mit Gewehren hier. Der da oben hat, der ein Gewehr in der Hand? Naja, vielleicht hat er gejagt. Das ist nur ein Stück Holz. Ich wollte, ich wollte doch nur reden, gucken, ob wir reden können. Das ist total weihnachtlich hier. Genau. Ich habe nämlich gesehen, dass hier so ein Topf ist. Vielleicht können wir hier irgendwas schon kochen, zubereiten. Hier liegen ja Knochen rum. Gerippe. Sind das Kannibalen hier? Nö, wir können hier nichts kochen. Aber vor allem, wie viele Knochen hier rumliegen. Auch große und so. Äh, das solltet ihr vielleicht aufräumen. Wisst ihr? Das ist bestimmt nicht so gesund. Da köchelt es richtig. Und können wir hier ein Boot mieten oder angeln oder so? Es sind überall Knochen. Hier so ein halbverwestes Ding. Ihr seid... Ich möchte hier nicht sein. Ihr seid... Ihr seid ja grauenvoll hier. Was sind denn das für Menschen, die hier in so einem Müll leben? Man kann auch überhaupt nichts mit euch anfangen. Okay, wir gucken uns L einmal an. Die täglichen Herausforderungen. Oh, 48 Minuten noch. Ach, 5 sollen wir töten. Ich überlege gerade, ob wir hier die alle abmurksen sollen. Ja, aber das bringt ja jetzt auch nicht so viel. Oder? 20. Na, das ist nichts. Nee, brauchen wir nicht. Wir verhalten uns korrekt. Ja, ja. Ja, immer nett sein. Ich seh schon, ihr seid hier... Das Schmuddeldorf. Okay. So was schmuddeliges. Habe ich ja noch nie gesehen. Und keine Tiere sind hier. Kein einziges Tier. Okay, wir gucken auf die Landkarte und gehen natürlich unsere Aufgabe dann in der nächsten Folge weiter nach. Das ging ja jetzt echt schnell. Aber diesmal... Diesmal brauchen wir nicht zu gucken, oder? Wir haben uns jetzt alles mehrfach angeguckt schon. Oh, oh. Nicht gut, unser Pferd alleine da durchs Dorf reiten zu lassen. Was macht er denn da oben? Da war einer im Baum. Ah, das ist hier nicht der schönste Ort. Du reitest. Du reitest wieder selbst. Ein wenig. Und wir probieren weiter aus, was man noch alles kann. Also... Essen geht nicht während des Reitens. Und Freeroam-Sachen angucken geht auch nicht während des Reitens. Okay. Und die Karte? Geht die Karte? Die Karte geht während des Reitens. Na gut. Ja, dann sollten wir vielleicht, um an Dollars zu kommen, doch ein paar Aufgaben mal erfüllen. Demnächst. Nochmal ausprobieren, ob wir das hinbekommen. Müssen wir nur die richtigen Aufgaben finden dann. Und vielleicht sollten wir bei unserem Pferd mal irgendwie so ein paar Stoffteile verteilen. Das klingelt nämlich selber auch. Ich denke mal, da ist schon wieder irgendwas für uns zu entdecken zum Ausgraben oder so. Oh, war das ein Bär? Vielleicht war es ein Elch. Da ist doch so eine Art Lager gewesen. Naja, wir reiten jetzt aber erstmal durch. Erstmal wollen wir die Schatzkarten und so machen. Ja genau, Schätze haben wir ja auch noch. Vielleicht finden wir da ja aber irgendwas Cooles mal. Habe ich nicht gerade gesagt, wir sind am Ende der Folge? Jep. Ja gut, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare auch. Und vielen Dank für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.